Was ist das eigentlich? Was steht aber auch nicht da? Warum hat die Lockdown-Prozess initiiert? Details für die Terminus prüfen. Amys Skizzenbuch. Okay. Okay. What? Was ist das? 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 Was? Auch klein? Ach du scheiße! Ja, ich bin Mensch. Du bist? Mein Name ist Simon. Du kennst nichts über diesen Ort? Oh, du kennst du? Das macht uns etwas weniger wunderschön. Ich bin natürlich verletzt. Wenn du jemand anderen sehen, erzähl ihnen wo ich bin. So, okay. Was? Ich bin wirklich verrückt. Ich bin wirklich verrückt. Ich Kindle nicht.. Ist ja sehr glücklich. Ich gå aber tea. Was wäre dein Bezieher? Das ist schon wohl. Jesus, voll creepy. Super creepy. Okay. Ja, wie komme ich denn hier rein eigentlich? Ah, die, weiß ich nicht. 1, 2, 3. Warte mal, wir machen mal. 1, 2, 3, 4. Okay. Ach, leck mich an Pops. Wie kriegen wir denn jetzt raus, wie wir da reinkommen? Ich würde mir auch nicht wehtun, ey. Ich muss aber nicht noch mal runter, oder? Ich glaube, ich müsste mal runter, kann das sein? Ich würde mal runter. Ich würde mal runter. Was ist denn das hier? Ich habe echt das Gefühl, ich muss noch mal runter zu den komischen Viech. Ich weiß noch gar nicht, wo Amy ist, Junge. Hier ist eine Verstecke, das merke ich gar nicht. 0722. Oh nein. 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 We're ready to run Pathos 2 until the next Apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going Stata. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comp center. If anyone ever sets their foot here again, they're gonna have a hell of a time getting around. Carl! Run! Run! Also, ich guck mal jetzt erstmal, ob ich irgendwie... ob ich irgendwie jetzt... hier rankomme. 0722. Kriegt mir das was? Aha! E-Mail. Ah! Strom wurde gesichert. Wir haben Fabriken versiegelt. Damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssenden Systeme wurden aufgeschaltet. Seitdem ist irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi an seinem Faden hängt. wenn der Schalter umgelegt wird. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es das dann wahrscheinlich gewesen. Wie jemand nicht geht, verbinden kann ich... Okay. Power Manager. Stromflussregler. Zu wenig Stromlösung gefunden. Schalten Sie eine der vorgehenden Sektionen ab ohne Strom. Hier bin ich gerade. Okay. Ne. Den schalte ich nicht ab. Geradeaus und nach links. Da komme ich nicht rein. Ich muss da rein. Ich muss da rein. so. Ich muss den echt abschalten. Weil ich komme da nicht rein. Ich weiß nicht, wie ich da rein komme. сам ist das. Aber wait. Je bin zu equilibrium und nicht und nicht. Ich bin zufrieden. Oh, nein. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, Ich bin super sorry! Was ist das eigentlich? Fällt die Daten von Dateien wiederherstellen? Ja, bitte. Audio Player. Wir können nicht die Planung ohne Supervenzierung. Adam hat entschieden, dass Amy, Sarah und Carl Sunker zu machen, um den Automatisieren zu machen. Und ich glaube, sie sind froh. Ich wollte euch wissen, wir sind auf der Zeit, und ich spreche dir morgen. Okay, ich kann es auf den Ball checken. Jelzy, ein Morgen für ein E-Pack, nicht wahr? Ja, es wird. Ich wollte dich an Amy und Carl vorstellen. Sie werden die Gespräche so schnell ich für Feta gehen. Hallo. Hallo. Hey, Theta. Hallo. Hey, Leute, ich bin Peter Strass, den Dispatcher von Theta. Ich weiß, ob ich da etwas tun kann. Ich glaube, das ist alles. Ich werde dich schnell sehen. Wenn wir kommen. All right, Johnson, wir haben eine selbe Weg. Hey, hallo, Theta? Absalon, was geht's? Wir können wirklich direktkontakt mit Heather. Ich meine, Sight Service Engineer Wolczyk. Direktlinks sind fast unmöglich, um zu bestätigen. Die Luharm Relais sind grundsätzlich junk in dieser Stelle. Sie können Messagen via der Komm-Center. Und wenn Sie wollen, ich bin ziemlich immer hier. Ich bin bereit, alles zu relayen. Ich weiß, dass es ein schade System ist, aber das alles funktioniert. Okay, gut. Wo ist das zu machen? Ich habe dich später. Hallo? Peter? Ich bin hier. Was ist das? Ich bin hier. Wir sind raus. Ich wollte euch nur sagen, dass ich jetzt die Komm-Center werde. Das ist definitiv das letzte, was wir von uns hören können. Wenn wir uns nicht aufstehen in den nächsten paar Stunden, send in die Cavalry. Hang auf. Was ist passiert? Es ist immer noch das gleiche Plan, oder? Ja. Wir gehen für den Shuttle und fahren es direkt zu Theta. Okay, gut. Wir werden die Truppen für eine Willkommen Party. Okay, also irgendwie gab es eine Evakuierung. Mir gefällt nicht, dass das Zeug hier überwackelt. Status offline. Letzter Kontakt 10. Januar. Narishonzi. Das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glocken mit der Apokalypse. Status offline. Nachricht offline. Mit großer Bedauern muss ich dir darüber informieren, dass das Boot geschlossen wird und Y und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihre vorgesetzten Jane Addams und dem Rest des Personals tanken. Sie sind wahrscheinlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir Ihnen, egal wo es weitergeht, weiter einen Erfolg haben werden. Blub. Schauen Sie, du magst ja die weitaus bessere Überlegungschancen haben, aber wir haben die besseren Aussicht. Salud. Du Scheiße. Wie manuelle Eingabe möglich. Oh, warte. Y. Also ich bin Y. Den hatte ich schon da angerufen. Warte mal, was ist denn? Täter müsste ich angerufen, ne? Täter habe ich angerufen. Täter habe ich angerufen. Verstehe ich nicht. Ist er noch 204? He zaig? I haben noch 205? Verstehe ich nicht. Täter ist 5. Verstehe ich nicht. Die 2. Die 6. Quatsch. Aha! Hallo? What? Yes! Okay, also irgendwie kannst du dir anrufen, wenn ich das richtig sehe. Die Lampe. Hey, bist du da? Ich habe das Dome gefunden. Oh, das ist besser. Simon, war es? Jarrett, Simon, Jarrett. Hi, Simon. Ich bin Kathrin. Hast du noch was passiert? Ich? Ich habe, dass du ein paar Antworten hast. Ich habe wahrscheinlich ein paar. Was willst du wissen? Was ist dieser Ort? Wie bin ich hier? Und warum die Roboter sprechen wie sie ihre Leute? Du bist in Absalon, klar. Hast du noch nie da vor? Wo hast du gearbeitet? Das Grimoire in Toronto. Ist das wirklich wichtig? Nein. Ich meine, wo hast du gearbeitet? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist nicht erwartete. Hast du direkt aus Toronto gekommen? Ja, ich habe. Und es war sehr nicht erwartete. Hast du jemanden gesehen? Wie, staff oder technikerinnen? Ich habe nur Roboter. Das ist verrückt. Ich habe nur einen Roboter. Ich glaube, er war in pain. Ich bin nicht sicher, was ich tun. Er sagte, er war schützend. Er hat sich nicht zu. Ich weiß. Ich weiß nicht. Was war das? Was war das? Ich denke, dass dieses Ort ist zu verbrechen. Was mache ich? Simon, komm zu Lambda. Oh, fuck off. Ja, oh fuck. Ehrlich, oh fuck. Krass. Irgendwie ist das Spiel voll gruselig. Ich weiß nicht. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Aber es ist eher... Es ist nicht so heftig wie andere Sachen. Es ist einfach so creepy, weil du keine Ahnung hast, was los geht und was abgeht. Und einfach nur... Das ist verrückt. Ach du Scheiße. Bitte keine Haifische oder sowas. Du Scheiße. Ach Leute, ehrlich. Gerade was unter Wasser angeht, bin ich doch so... ...geschädigt. Ich arbeite dran, ja. Transport klingt gut. Oder? Naja... Jetzt nicht. Das ist aber creepy. Das ist aber creepy. Was ist denn das? Ist das ein Shuttle? Ich kann mich hier auch hinlocken. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich habe ihn. Also ist dieser... Ich weiß nicht, ob ich es hinbekommen will. Ich habe ihn nicht zufrieden. Ich habe ihn zufrieden. Was ist das? Es ist alles in hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. So fuck the power! Fuck you, Strathcys! The machines killed Carl! Oh shit. Alright, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll have you the shell of the ox. Good luck, Amy. Rooting for you. Klasse. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Was ist ein Hai? Na, sowas ähnliches. Vor acht... ...Whaaat? ...Why you blinking me do this? ..Whaaat paid for fucksdat? ... revenir to chat for fucksdat. ...Why'd I do this?! It's your phone? ...No, and I'm here, I can't hear you! What the fuck? Also ehrlich, what the fuck? Bist du mein Freund? Are you my friend? My friend? Alles gut? Okay. Upsilon. Upsilon B. I don't understand. Guckst du jetzt mit mir rum, Schätzelein? Hallo. Da ist ein Böser. Das ist definitiv ein Böser, Roboter. Schätzelein kommst du? Kann ich mit dir quatschen eigentlich, Nö, ne? Du bist einfach nur da. Okay. Er speichert, ist gut. Schätzelein. Oh, der ist so süß. Warum ist der so süß? Warum ist der so süß? Schäden. Weißt du, kannst du das aufmachen für mich? Oh, du bist der Beste. Beste on the world. Hast du aufgemacht für mich? Tschüss. Thank you, Baby. Thank you. Well, thanks, little guy. Tschüss, Schatz. Achso. Danke, Schatz. Danke, Schatz. Danke, Schatz. Kommst du mit rein? Oder wartest du draußen? Wartest draußen, ne? Das ist echt cooles Spiel, also, da wartet mein Kleiner draußen. Hoch. Das ist ja super sympathisch hier drin. Super gut. Super gut. Schatz. Komm in, Theta. Komm in. Komm in. What? I can't. Where are you now? Schatz. I'm at the shuttle. But it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I can't about the power at all I'm here. Das sind doch schon die Dinger, oder nicht? Was ist das denn schon, wie das so Ding? Was ist das? Jesu Christ Was ist das denn? Was ist dein increase nostro Dinger? Ich bin nicht cüllen. Es ist külsem. Was ist das? Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch wurden keine Todesfelder berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbenannten Oberflächenplattform Omega, was unter den gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Teta wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zuhren von Partos 2 und damit letztendlich der ganzen Menschheit zu besprechen. Weitere Informationen diesbezüglich folgen in Kürze. Wir haben meine Eltern in den Augen. Sie sind zu einem Bombschelter, auf dem Weg, mit deinem Vater. Ich glaube, jemand wird dir einen Text geben, irgendwie. Ich meine, ich hoffe, sie werden. Hal, ich bin nicht sicher, dass du diesen Text bekommen hast. Wenn du so, ich möchte, dass ich dich nicht verraten, dass ich dich nicht für folgen, deine Tränen. Es ist einfach... Ich war einfach so glücklich, dass es nicht besser fit ist mit dem, was ich gedacht, dass unsere Leben sein würden. Ich wirklich wollte die Pinkett Fence, die Familie, you know. Ich glaube, was ich versuchen zu sagen, ist, ich bin stolz von dir. Und selbst wenn es schwierig zu sein, dass es sich verraten von dir ist, ich nichts regrette. Ich bin glücklich. Und ich wirklich wünsche, dass ich das gesagt habe, ohne den Skyen zu fallen. Ich liebe dich, Amy. Und ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Du bist ja so, ja. Dashtworte. Zu wenig Strom. Wäre mir das dumpfe Gefühl, dass wir hier drin nicht allein sein werden. Hm. Hier beende ich es dann erst mal. Bis zum nächsten Mal. Tada. Ciao. Vielen Dank.